Ein Motto von Steve Jobs, dem legendären Apple-Mitgründer, war ja to stay hungry, to stay foolish. So als sein Motto. Ist das bei dir auch so? Ambitioniert auf jeden Fall. Ich glaube, meine Motivation ist jetzt einfach, dieses Land und unser Kontinent zukunftsfähig zu machen. Und ich sehe halt wirklich in der Brutalität, was da auf uns zukommt. Also einfach, wenn ihr die Statistiken anschaut, die sind einfach hart. So jemand wie Jobs hat natürlich dann auch als Ansporn gehabt, Hunger nach Rendite, nach Marktanteile, nach Börsenwert. So was gibt es ja bei dir nicht, aber es ist dann sozusagen der Hunger nach volkswirtschaftlichem Fortschritt. Wir haben jetzt unser Ökosystem, wir machen 20 Prozent aller High-Graph-Tech-Unternehmen Deutschlands. Unternehmertum gibt es ja seit 21 Jahren. Du hast ja mehr als 500 Start-ups hier kommen und gehen sehen, wachsen und weichen sehen. Entwickelt man dann so ein Gefühl, welcher Existenzgründer es wohl bringt und welcher nicht? Was für mich schon der Unterschied ist, ist welchen Energielevel die Leute haben. Und ich erlebe wahnsinnig viele brillante Leute. Das eine ist wirklich, was sind die Fähigkeiten, aber dann auch, was ist der Drive, der Mut, das Durchhaltevermögen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Und den sehe ich in etlichen Leuten, die sensationell sind, aber das unterscheidet schon sehr, sehr wenige von sehr, sehr vielen. Also die Persönlichkeit, die Unternehmerpersönlichkeit. Genau, dieser Drive, dieser Hunger, was ändern zu wollen, einfach diese Extrameile zu gehen, auch Leute zu begeistern. Bundesregierung, ihr seid ja in engem Kontakt offenbar, um die Start-up-Situation in Deutschland zu verbessern. Wie läuft das an? Ja, das ist ein extrem konstruktiver Dialog. Und ich glaube, die Bundesregierung, auch die Ministerien haben halt verstanden, dass du Praxisleute brauchst, die halt verstehen, wie es funktioniert. Und dadurch, dass wir 20 Prozent Marktanteil in Deutschland haben, sind wir halt ein ganz guter Partner für die. Marktführer. Genau. Und was Schönes ist, wir sind ein gemeinnütziger Marktführer. Also wir sind eine Plattform, die Deutschland voranbringt. Genau, und von daher ist es für die auch unproblematisch, mit uns zusammenzuarbeiten. Das Leuchtturmprojekt, das sieht ja vor, dass das Münchner Modell exportiert wird, auch in andere Regionen Deutschlands. Also die enge Zusammenarbeit zwischen Universitäten, zwischen Firmen, zwischen Investoren, gemakelt von einem Institut wie Unternehmertum. Wann wird es denn, du sagst immer Geschwisterchen dazu, dass es ganz viel Geschwisterchen geben wird. Wann wird denn die Familie so groß, wie läuft das? Wann kann man das erste Geschwisterchen denn bewundern? Also es gibt praktisch drei große Geschwisterchen. Das ist neben uns, also was der Hasso Plattner in Potsdam macht mit dem HPI und was der Dieter Schwarz mit Campus Founders in Heilbronn macht. Und die Idee ist ja, dass erfolgreiche deutsche Stiftungen und Unternehmer und Family Offices sich zusammentun mit guten deutschen Hochschulen. Und wenn wir wirklich diesen Ausgründungstransfer haben wollen von der Wissenschaft in die Wirtschaft, dann brauchst du halt beide Seiten. Und die Zusammenarbeit mit Heilbronn basiert ja sehr stark auf künstlicher Intelligenz. Also hier entsprechend Projekte anzuschieben, hier besser zu werden. Unternehmertum ist ja da auch schon lange aktiv. Ist das der Wachstumstreiber, um den wir uns zuerst kümmern müssen, künstliche Intelligenz? Unsere Aufgabe ist es, dass wir als München, als Bayern, als Heilbronner, als Deutschland, dass wir und Europäer diese Welle reiten, damit wir wettbewerbsfähig bleiben. Was ist denn da die spezifisch deutsche und europäische Note? Ist das eine ethisch korrekte KI, eine humane KI, was vielleicht in den USA nicht so eine Rolle spielt? Wir müssen natürlich nach unseren Werten spielen, aber das geht hier um ein Wettrennen und das geht um Geschwindigkeit. Wir werden dieses Wettrennen nicht gewinnen. Und was wir aber haben, ist ja ein wahnsinniger Schatz. Wir haben die besten Talente auch auf dem Gebiet. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, das so hinzubekommen, dass halt die Wertschöpfung auch in diesem Land und diesem Kontinent bleibt. Was ist mit dem Thema Green Energy? Wie wichtig ist das für eure Strategie? Zentral, also nicht nur das ganze Energiethema, sondern das ganze Nachhaltigkeitsthema. Und wir müssen Firmen bauen, die einfach nachhaltig sind. Also nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial und halt auch ökologisch. Und das sind auch unsere Bewertungskriterien. Wir haben eingangs gesagt mehr als 100 Innovationspartnerschaften. Wie läuft denn das ab mit Firmen? Beispiel Nemetschek. Wie entsteht so eine Zusammenarbeit? Wo sind die Effekte? Wo ist der Nutzen? Herr Nemetschek hat dann halt diese Idee gehabt, Software für die Architektur zu bauen. Und heute ist das halt ein super toller Weltmarktführer in dem Bereich und sitzt hier in München. Und der Herr Nemetschek selbst hat halt gesagt, er möchte nicht nur seine Firma zukunftsfähig machen, sondern auch unser Land und hat beispielsweise unsere Universität gespendet, um eben ein Center, das Nemetschek Center für künstliche Intelligenz im Bauwesen zu bauen. Und jetzt haben da eben viele Studierende und Forscher die Möglichkeit, halt Projekte zu fahren, Lehrveranstaltungen zu belegen. Und hoffentlich nützt das der Zukunftsfähigkeit von der Nemetschek-Gruppe. Aber hoffentlich kommen da auch ganz, ganz viele super Startups raus. Und deswegen sagt auch der Herr Nemetschek, lasst uns auch wirklich die jungen Startups fördern. Und deswegen ist es auch eines der großen Geschenke, dass innerhalb von unserem Incubator Expreneurs es halt diesen Nemetschek-Bautrack gibt, wo genau die Jungen wieder gefördert werden. Und was halt echt toll ist, dass wir in Deutschland so Menschen halt auch haben, wie Herr Nemetschek oder die Familie Strüngmann oder die Familie Klatten oder die Familie Schwarz, die halt sagen, hey, wir haben diese Verantwortung und wir machen das. Hast du da so einen Zielwert, was den Marktanteil angeht? Aber ich glaube, Wachstum hast du ja sehr ehrgeizige Ziele. Also mein Traum wäre eben halt, wenn wir zehn so starke Startup-Fabriken hätten in Deutschland wie Unternehmertum. Also wenn jedes Bundesland so etwas wie ein Unternehmertum hätte zusätzlich, dann wären wir das gründungsstärkste Land der Welt. Du bist ja jetzt nicht nur Geschäftsführer hier bei Unternehmertum, sondern auch Geschäftsführer bei einigen Tochterfirmen. Du bist Universitätsprofessor, bist Vizepräsident der Universität, du bist Aufsichtsrat der Deutschen Energieagentur. Wie hältst du diesem Druck stand? Einatmen, ausatmen. Ich glaube, das Wichtigste ist, nicht allein zu sein, sondern ein cooles Team zu haben, coole Freunde und Mitstreiter und freue mich, wenn es eine geteilte Mission ist. Und das ist das Wichtigste. Vielen Dank.